Für das nächste Beispiel brauche ich mal sehr viele geöffnete Fenster. Da greife ich jetzt mal ein bisschen vor und zwar möchte ich jetzt mal von meinem Paint-Fenster weitere Instanzen öffnen, so nennt sich das, wenn ich einfach weitere Paint-Fenster öffnen möchte. Da gibt es einen Trick mit der Umschalttaste das entsprechende Bildsymbol in der Taskleiste nochmal erneut anklicken. Jetzt öffnet sich noch ein Paint-Fenster und noch ein Paint-Fenster. Das mache ich jetzt auch mal für den Editor. Jetzt habe ich hier ganz viele Fenster und was ich jetzt hier einfach zeigen möchte, es kann passieren, wenn man sehr viele Programme geöffnet hat, dass es einfach unübersichtlich wird. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten sich hier zu behelfen. Zum einen gibt es jetzt hier eine Funktion über die Taskleiste. Wenn ich jetzt mit meinem Mauspfeil hier über diese Taskleiste gehe an eine freie Stelle und die rechte Maustaste drücke, dann klappt hier ein sogenanntes Kontextmenü auf und hier könnte ich jetzt zum Beispiel die Option auswählen Fenster überlappen. Jetzt werden alle Fenster leicht überlappend dargestellt. Damit habe ich auf jeden Fall sofort schon mal eine Übersicht über die geöffneten Fenster. Eine weitere Funktion wäre, wie der Mauspfeil über die Taskleiste, rechte Maustaste, gestapelt anzeigen. Jetzt wird das Ganze hier quasi arrangiert. Dazu möchte ich auch noch kurz anmerken, nicht alle Windows-Versionen bieten alle hier bei mir zur Verfügung stehenden Optionen. Grundsätzlich stehen hier an dieser Stelle aber immer Funktionen zum Fenster aufräumen zur Verfügung. Ja und damit kann ich mir eben verschiedene Optionen aussuchen, diese Fenster hier auf bestimmte Art und Weise aufgeräumt nebeneinander sichtbar zu machen. Ich schiebe es jetzt mal wieder ein bisschen wild durcheinander. Wie das vielleicht vorkommt, wenn man ganz normal mit dem PC arbeitet und ein Programm nach dem anderen startet oder mit vielen Programmen gleichzeitig arbeitet. Und möchte ich jetzt nur noch eins dieser Programme sehen und die anderen minimieren, dann gibt es da auch noch zwei Tricks. Der erste Trick ist, ich drücke die Windows-Taste zusammen mit der Taste Position 1. Dann werden alle bis auf das gerade aktive Fenster minimiert. Ich hole mir jetzt mal wieder einige der Fenster auf meine Oberfläche. Ein weiterer Trick, um alle anderen Fenster zu minimieren, geht folgendermaßen. Ich wähle das entsprechende Fenster an durch Anklicken der Titelleiste mit der Maus. Jetzt greife ich die Titelleiste mit der Maus, als wenn ich das Fenster verschieben will und schüttel es kurz hin und her. Auch bei dieser Technik, Aero Shake genannt, werden alle anderen Fenster minimiert. Also auch das eine Möglichkeit, um sich schnell ein Fenster in den Vordergrund zu holen und alle anderen zu minimieren, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen. Eine weitere Möglichkeit zum Minimieren oder Maximieren von Fenstern geht wieder über die Tastatur. Ich blende auch dazu mal wieder die Bildschirmtastatur mit ein. Und zwar geht der Trick jetzt hier über die Windows-Taste und die Taste M. Drücke ich jetzt die Windows-Taste und die Taste M, werden alle Fenster sofort minimiert. Ich sehe wieder meinen Desktop. Das ist also diese Fläche hier, der Windows-Desktop. Drücke ich jetzt wieder Windows, Umschalt und M, werden alle Fenster wieder auf ihre ursprüngliche Größe gebracht. Das heißt, Windows und M minimiert alle Fenster, bzw. bringt jetzt hier die Kacheloberfläche in den Vordergrund, wenn ich nur Windows drücke. Und Windows und Umschalt und M, also diese Taste Windows und M, bringt alle gerade eben minimierten Fenster wieder auf ihre Ursprungsposition zurück.